Geht das vielleicht ein bisschen schneller? Mann, beeilen Sie sich mal! Oh, es tut mir leid, ich versuche mich zu beeilen, ja? Was ist hier euer Problem? Haben Sie was vielleicht mit Ihren Augen? Nein, ich glaube aber du, oder? Wenn es so weitergeht, stehen wir bis morgen früh hier. Ihr meckert hier rum, weil der ältere Herr etwas langsam ist beim Kassieren, geht's eigentlich noch? Dann steht nicht hier bei ihm, ihr seid nicht verpflichtet hier anzustehen! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!